Die 200 Ranking-Faktoren von Google, Teil 5. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IENMAG und Sie schauen Website-Marketing.ch, backlinko.com, hat eine Liste der 200 relevanten Google-Ranking-Faktoren zusammengestellt. Ich denke, die haben uns ganz gut getroffen. Heute schauen wir Faktor 41 bis 50 an. Reading Level, da geht es darum, wie kompliziert oder wie sophisticated eben so ein Text ist. Das heisst, umso mehr Basic, also umso einfacher dass es geschrieben ist, umso mehr Menschen interessiert sich dafür. Könnte also ein Vorteil sein, vielleicht nicht zu kompliziert schreiben. Affiliate-Links, also Links, die rausgehen von Affiliate-Programmen. Das kann nichts mehr schaden heute, sollte auch nichts mehr schaden. Man kann es übertreiben, wenn man also merkt, dass es nur noch um das geht, also nur noch um Geld zu verdienen mit Affiliate-Links, kann es ein Problem geben. W3C-Validierung, das heisst, da geht es darum, wie gut ist mein Code geschrieben, gemessen Richtlinien von W3C, ist ein Faktor, der sicherlich etwas bringt, sollte aber auch nicht unbedingt überbewertet werden. Dann Page Host Domain Authority, das ist ein ganz bescheidener Faktor. In meinen Augen, also wo Sie hosten, kann einen Einfluss auf Ihr Ranking haben, ist meines Erachtens nach kein grosses Thema, hat mehr damit zu tun, wie die Seite dann eben performt, wie schnell die Hosting-Leitung ist und so weiter. Aber trotzdem hier ein Punkt, der aufgeführt ist, dass es eben ein Thema sein könnte. Dann der PageRank, da wird lange oder wurde immer lange darüber diskutiert. Auch hier habe ich eine Meinung, und das steht auch so, hier Sides mit hohem PageRank werden besser gerankt als solche mit tiefen. Ich denke also immer noch, dass das ein Zeichen ist, muss aber auch nicht unbedingt so sein. Die URL-Länge ist klar, umso kürzer ein URL, umso besser, bis zu einem gewissen Masse natürlich, macht es wahrscheinlich nichts aus, aber ab einem gewissen Punkt wird es dann zu lang. Also schauen Sie, dass Sie keine zu langen und auch kryptischen URLs haben. 47, der Path, also der Weg, den eine Seite, eine Unterseite auf Ihrer Website hat. Umso näher, dass ich natürlich an der Homepage, an der Startseite klebe, umso wichtiger ist die Unterseite. Also schauen Sie, dass die Landingpages möglichst nahe an Home sind oder verlinken Sie sie von Home. Das hilft auf jeden Fall. Human Editors habe ich noch nie gehört vorher. Da geht es darum, dass eben Menschen auch das Ranking Einfluss nehmen. Google schreitet das allerdings ab. Es wird hier aber geschrieben, dass das ein möglicher Faktor sei. Das kann man natürlich dann schlecht beeinflussen. Page Category, da geht es darum, in was für einer Kategorie das sich bewegt. Google kategorisiert die einzelnen Seiten zu gewissen Themen. Und das ist klar, wenn Sie natürlich ein Thema schreiben, das nichts mit Ihrer Hauptkategorie zu tun hat, ist es schwieriger, dort positioniert zu sein. Darum wird es auch immer schwerer, die Relevanz bei Firmen oder auch beispielsweise bei Hotels zu behalten, die über zu viele Bereiche berichten auf so einer Seite. Das kann negativ sein. WordPress Tags, da geht es sicherlich um die Vertagung von Artikeln. Und das ist klar, umso mehr Sie um ein Thema schreiben, umso besser werden Sie zu dem Thema gerankt. Also schauen Sie, dass Sie sich da auf etwas konzentrieren und schreiben Sie nicht um zu viele Punkte herum. Das spielt sicherlich auch in den Punkt 49 rein. Das sind also weitere 10 Faktoren zum Inhalt. Ich habe ein paar Entscheidende wieder dabei gehabt. Würde mich interessieren, was hier da verhält. Kommentare, wie immer hier. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber. Ich bin von der INA AG. Und Sie haben website marketing.ch geschaut.